Vielleicht wolltest du immer schon einmal in Schweden arbeiten? Dann kommt hier genau das richtige Angebot. Für unser Praktikum im Norden suchen wir einen Projektkoordinator. Was erwartet sich denn hierbei? Vielfältige Aufgaben rund um die Begleitung unserer Praktikanten und Mentoren in Nordeuropa. Was gehört hierzu? Klassische Büro- und Verwaltungsarbeit, selbstverständlich, aber auch so etwas wie die Organisation von gemeinsamen Ausflügen, unsere Praktikanten, Land, Gesellschaft und Kultur näher bringen und auch selbstverständlich ständige Ansprechpartner für alle Lebensfragen unserer Praktikanten wie auch Mentoren zu sein. Wenn du dir das vorstellen könntest, freuen wir uns über deine Bewerbung.